Ja, also wir sind über den Fachbereich vom UKM gefragt worden, ob wir technische Unterstützung oder Unterstützung beim Anfertigen der Atemschlussmasten liefern können. Und dann haben sich über den ganzen Fachbereich viele Leute bereit erklärt, helfen zu können und helfen zu wollen. Also zum einen sind das natürlich Kollegen aus den Werkstätten, das sind Kollegen aus unserer mechanischen Werkstatt, aus der Elektronikwerkstatt, Auszubildende bis zum Professor, also sind alle dabei. Das ist auf jeden Fall eine ganz großartige Gesamtleistung. Unter anderem ist einer der Arbeitsschritte, die für die Masken notwendigen Stoffzuschnitte herzustellen. Das sind quadratische Zuschnitte, die eben aus verschiedensten Materialien zusammengeschnitten werden müssen. Also da wurde alles verwertet oder wird alles verwertet, was irgendwie zugeliefert wird, sei es Bettlaken, alte OP-Kleidung, Kittel und so weiter und so fort. Also Zuschnitte machen wir pro Tag um die 5000 Stück. Die werden dann im UKM weiterverarbeitet natürlich, also das UKM macht dann dort in den Räumlichkeiten die ganze restliche Arbeit, bügeln, vernähen und so weiter und so fort. Da jetzt aber auch noch einiges an Material da ist und seitens des UKMs der Wunsch auf jeden Fall da ist, auch noch mehr zu machen, wenn es denn irgendwie geht, schneiden wir jetzt noch weiter. Wichtig, glaube ich, zu betonen ist es, dass es toll ist, wie sehr hier alle an einem Strang ziehen. Also nicht abhängig vom Institut, sondern das geht über alle Kolleginnen und Kollegen im Fachbereich. Sicherlich auch in der ganzen Uni, die jetzt da in irgendeiner Art und Weise um Hilfe gebeten wurden oder um Hilfe gebeten werden, dass wir das gemeinsam machen. Und dass das hoffentlich auch eine zielführende Unterstützung ist fürs Universitätsklinikum, um jetzt in dieser Gesundheitskrise vielleicht auch einen wertvollen Beitrag zu leisten. Und dass meines Erachtens das ganz, ganz toll ist, dass hier alle da so dafür brennen und das gerne auch mittragen und das gerne mitmachen. Und ja, so vielleicht einfach, dass wir so vielleicht einfach einen Beitrag leisten können, abseits von unserem Wissenschafts- und Hochschulbetrieb, für den wir eigentlich hier eingestellt sind.